warte achten hinter uns sind sie pass auf sneaks nick hey leute und willkommen zu einer kleinen runde meintfall teuer mit dem workbench tv da nicht cut oh scheiße ich sehe gerade ich habe das falsche aber das ist egal und mach gleich das richtige text back rein und brauchst du inzwischen mal bisschen holz ab ich baue nämlich auch holz ab was war denn in der truhe drin welche truhe die truhe die ist standard mäßige der mindfighter basis ich habe sie noch nicht aufgemacht wo ist sie denn es gibt ja den ofen habe ich nicht so was war da drin fackeln ambos eis und kaktus okay das ist perfekt so dann hole ich mir gleich ein bisschen holz so und der holz spitzachs spitzhacke so ich baue gleich für die stein ab mit dieser spitzhacke damit damit wir uns direkt stein spitzhacken machen können weil die so einer schon tot oh mein gott aber er wurde noch von keinem anderen team spieler gekillt das heißt es hat noch kein aufeinandertreffen von teams gegeben das wäre auch ziemlich unüblich gewesen so ich mache jetzt noch mal für uns beide eine holz spitzhacke ja fast perfekt so sechs holz und zwei holz spitzhacken warte ich lege sie dir hier hier hast du sie perfekt dann lass gleich eisen holen ich sehe dich mit eisen holen du siehst mich nicht ja das ist der 1.8 pack spielst du auf 1.8 ja das ist der 1.8 pack das kann passieren wir waren weiter unten bei manchen so mein gott warte soll ich stelle der kabel dahin ich habe die wasserquelle erlöschen aber das ist ja eigentlich egal weil wir wasser eigentlich für nichts brauchen aber wir haben eis eigentlich schon wenn uns jemand mit lava stimmt ja das schon aber dass das kommt ja nicht allzu oft vor so schnell eisen ab sollen wir gleich den zweiten öfen basteln das gibt es da weg weil das stört mich im skelett kommt wie viel man lassen oh mein gott ich habe zu wenig kabel so führt so ich war noch ein bisschen kabel so ist da noch ein bisschen eisen nein es gibt kein eisen hast du auch schon alles gut dann lass sie einschmelzen dann gebe ich mal eins da rein okay dann gehst du gibst du das hier an und ich ich versuche mal irgendwo hinzubauen okay mach das ich habe nicht neun was das geht sich perfekt aus und dann den ofen so hier gibt es auch mal einen ofen daher aufgestellt so oben nehmen nehmen dann eisen und mach uns beide schwerter okay ja mach ich aus sich schon mal fleißig wo ich habe schon einen bibliothek rum ja das wird vielleicht ein hier gewerker raum sein weg jetzt so was ist das nur so ein ganz normaler bibliotheksraum ist ja nur scheiße drin ist nicht so mal ein dir oha ist richtig scheiße das eisen zumindest das eisen dann nimm du das und ich bin ein bisschen weiter ohne das noch mal eisen aber wirklich viel ist ja auch noch mal eisen oh mein gott ich dachte gerade dass du ein gegner wärst weil du dich ja gerade weitergebracht hast oh mein gott ich bin dann doch mal nennen kein durchgang dann gehe ich mal zurück und holen uns bei basteln uns beiden einmal ein paar schwerter hier ist so da ist und dann und dann machen wir uns full eisen oder sie genau der beste ausdruck also wo ist der crafting table da ist der crafting table ich gebe mal die lily liane ein bisschen auf die seite die stören mich nämlich so und noch mal zwei schwerter 1 nehme ich mir gleich das zweite dass ich noch der inventar und ich mache mir gleich noch eine chest plate aber nicht von meinem doch ich habe einen guten room gefunden diesen eisen wo das ist auch mal ich habe eine fackel dann brauche ich mal hier im gang was sie ich habe hier warte ich weiß ich weiß ja 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 hier hier warte dann schwert mit gold wo ist mein schwert so ziemlich viel eisen hier ist ein schwert zwei enderperlen ist auch nice aber die brauchst du eigentlich für so gut wie gar nichts hier auf falsche spitzsäcke mein gott ich glaube ich habe da gerade habe ich da gerade ein anderes team gesehen ähm kompass ist schon gibt den kompass in dein inventar hast du dieses hat der kompass schlägt hier aus hier wo hier sind irgendwo teams oh schau dir das an hast du dieses eisen das in meinem offenbar genommen aber egal ich habe ja auch für dich ein schwert gemacht okay nochmal zurück weil das war nämlich reisen drin die zwei öfen und die workbench mit dann können wir das hier unsere base hierher verlagern das ist eigentlich ein bisschen vorteil so perfekt jetzt können wir uns mal hier hier hast du eisen bau noch mal einen ofen gleich hier ich gehe noch mal zurück wo ist unser weg gewesen hat das eisen nämlich noch mal mit aber der truhe hier in diese richtung da hinten da habe ich glaube ich gerade einen namen gesehen ja da ist auch da sind auch spieler sind auch spieler das gleich das gleich okay ich brauche noch einen ofen und schmeißen noch ein bisschen das eisen ich will wie viel eisen zu kriegen ich weiß es gar nicht ich habe noch vier stück oder so ich werde ich schnell holen eben auf jeden fall alles mit ich habe noch einen goldenen helden das war ein bisschen geht der mensch aber das war schon so noch ein bisschen eisen 3 3 1 so drei eisen geht zumindest etwas war das noch mal eisen weiß weiß ich nehme die öfen auch mit gleich mit egal ich habe sie vergessen so gut da ist noch mal eisen gebe ich da noch mal was rein so und da hinten ist auch noch mal eisen aber die dürften schon recht nah sein weil der kompass zeigt mir sie an und ich glaube der eine hat vorher entsneakt und da habe ich den namen gesehen so da ist noch mal eisen am besten du machst dir gleich auch mal eine brustplatte aber wie soll ich das abbauen so eisen heißt wie viel eisen hast du nochmal drei rein hast du schon eine brustplatte oder soll ich gerne machen ich habe jetzt ordentlich viele eisen ich habe zwölf eisen welch brustplatte oh team yellow gelb und dann mache ich hier nochmal schuhe so team gelb ist zu dritt hier ja oh das ist nicht so nice so warte die brustplatte liegt da schon schau mal die brustplatte liegt schon da vor dem ofen bei der workbench so das nochmal eisen man kann die genug haben ist da unten ich glaube da ist nur holz ich weiß nicht ob das auch eisen ist aber ich gehe mal dorthin so er ist auch eisen gut dann sind wir eigentlich schon fast recht gut equipped so ich gebe da nochmal eisen rein da ist eh noch genug da sind wir auch mal und ich brauche nur noch eine Hose und du brauchst noch einen Helm so aber ich brauche auch eine Hose nein weil ich habe noch den goldenen Helm schaut richtig geil aus so so ähm sollen wir uns mal in die Richtung hier bauen ich habe Gott sei Dank gemacht hier in diese Richtung da schau mal hier habe ich nämlich die Namen gesehen und hier zeigt auch der Kompass hin ich habe ich habe auch mal eisen oh da wäre das nochmal viel eisen so so dann bauen wir uns mal in die Richtung so ich habe aber eisen oh das nochmal eisen eisen sehr viel viel besser als things als Goldeis eh klar ich habe nochmal viel eisen bekommen also mache ich mir lieber eine andere Hose okay ja kannst du auch machen aber zuerst mal zuerst mal alles von der Rüstung okay zuerst mal alles und dann noch so ich nehme mir da noch ein bisschen dann gebe ich noch was rein habe ich noch Kohle ja so da ist auch noch ich nehme mir da ein bisschen Kohle und lege sie dort rein so wir sind jetzt eigentlich recht defensiv wir spielen gerade recht defensiv aber das hat schon seine Richtigkeit weil wenn man im Einfighter dann einfach nur mal drauf geht dann kann es auch passieren dass die Gegner einfach mal Dierräume gefunden haben und da kann man dann auch mit einer full eisi eisen rösi sozusagen wie du so schön sagst gewinnen so ich habe ich brauche nur noch ein bisschen was ein Eisen brauche ich noch dann kann ich mir noch eine Hose machen hast du schon genug für deinen Helm? ich habe schon alles ah perfekt dann hole ich mir noch eine Hose so perfekt äh wie dumm bin ich jetzt habe ich die Hose falsch gekraftet ok gut dann kann ich mir euch dran die sind jetzt hinter uns glaube ich ah ja stimmt hier sind sie ich brauche noch mal das ein nein sie sind sie sind entweder unter uns oder über uns schau er schlägt aus siehst du es eigentlich hier ich habe noch mal Eisen oder hinten ist noch mal Eisen sie sind hier du hast sie eher unten gesehen ja lass runter nein lass das Eisen noch holen lass noch komplett sie sollen lieber zu uns kommen als oder sollen wir uns zu ihnen bauen das noch mal Eisen nur sneaken ok ja gut oh da ist noch viel Eisen wenn man noch einmal gescheit hinschaut dann kann man noch viel Eisen finden oh da hinten ist noch recht viel das haben wir eigentlich gar nicht gewohnt so über uns sind die nicht über uns sind sie nicht okay war das Team Gelb oder Team ich weiß es auch gar nicht ich habe es auch gar nicht gesehen aber ich habe es auf jeden Fall nur Namen gesehen so oh mein Gott so gut da ist noch da ist noch ziemlich viel Eisen lass das holen mein Gott ok schau mal ich baue mich da ein bisschen rauf komm her schau mal da ist noch Eisen aber immer sneaken immer sneaken drauf achten so oh da ist noch nice viel Eisen so so irgendwie habe ich das Gefühl dass wir noch immer oh da ist ein Gang achso das ist der von uns oder mhm das ist unser Gang ja Gott sei Dank weil sonst hätte ich da hätte ich jetzt einen Riesenschreck bekommen nein fuck komm bist du ich habe noch gesneakt hm sind sie da ich glaube ich habe einen Namen gesehen komm hier neben mich wenn du ich hole noch kurzes Eisen ich hole noch kurzes Eisen so so was haben wir noch Eisen was da müsste noch was kommt zu sein oder hier so noch das Eisen geholt so wir wir können uns noch mal ähm komplett empfinden oh ich habe einen Namen gesehen ich habe einen Namen gesehen und uns in der Richtung in der Richtung kommt zurück kommt zurück kommt zurück die sind genau unter mir ok komm baue dich hier runter schnell komm her komm her komm her nein 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 nicht hin wo bist du denn da unten oder bist du unten ok wo hast du dich hingebaut hier wo bist du denn in diesem Loch im Boden schau ist ja kein Loch äh ich habe da ich habe dich da wieder rausgebaut lass doch im offenen Raum sind wir stärker hm komm wo bist du hier unten ach so da komm wieder raus da sie sind unter uns weißt du das ja ja dann sind sie halt unter uns aber die sind in die Richtung ja hier dreht sich der Kompass nein hier in die Richtung komm raus komm raus komm raus dort wo ich angefangen habe ok ich habe Lava ja dann komm lieber raus mein Gott was machst du da unten du weißt du wenn ich alleine hier oben bin muss die kommen jetzt sind wir chancenlos da ist noch genug Eisen und im Ofen ist auch noch was so ich kann mir jetzt noch mal einen Helm machen ich bin komplett Eisen ich auch also ja schon längst so und ich mache dir ich mache dir jetzt noch eine Eisenhose ich habe eine Eisenhose ah ok gut na gut dann haben wir eigentlich genug Eisen dann brauchen wir ja gar nicht mehr Eisen zu sammeln so sollen wir uns jetzt da weiter bauen komm mal her komm her hm ok ich bin wo bist du wo bist du sie ich nicht in ihrer Richtung so was ich da weitergebracht du schon mal daran gedacht facken zu machen ich habe keine Kohle ich bin das oder hießen ich brauche ja und ich muss noch ein paar Fackeln machen so ein paar Fackeln so acht Fackeln sollen wir das hinter uns zu bauen ja oder ich baue das mit hä hä wieso wird das manchmal so hell ich habe keine Ahnung obwohl da keine Fackeln sind so und dann baue ich da noch mal Cobblestone hin ja so ähm das kann sein wenn du in der Nähe von Gängen bist wo Fackeln sind ich ich laufe schnell mal zu dir ohne zu sleepen weil sonst würde ich da ewig brauchen so wir müssen noch gegen drei kämpfen ja noch gegen oh nein ach so das ist nur ein Team das ist nur ein Team mhm du bist aber da ganz schön fleißig am bauen schnell oh mein Gott ok ich bin richtig angespannt ich baue immer hinter uns den Weg ein bisschen ein wieso oh meine Spitzhack ist so gut wie tot so aber ich habe ja noch Gott sei Dank noch genug Holz das heißt wir können uns jederzeit wieder eine craften wo bist du eigentlich also du stehst vor mir ich meine wo sind die Gegner in die Richtung ich glaube ich glaube ich habe gerade jemanden entsneakt gehört gehört nein nicht entsneakt gehört sondern gesehen oh mein Gott so glaubst du sind die unter uns oder die sind da hier bau dich ein bisschen nach rechts ein kleines bisschen oh ich glaube jetzt haben wir sie fast glaubst du sind die aus ihrer Base raus oder ich glaube sie sind in ihrer Base nur früher haben sie sich zu uns gebaut ja eben ok warte die anderen Teams haben sich schon drücken lassen Dias nice nice ein Dias was nur ein Dias ich bin zack ok das ist ziemlich selten das zwei Dias oh nice ich glaube da ist ein Dias bau das weg schnell nicht das das vor mir ah da genau unter uns siehst du das ah ja ja genau bau das schnell weg ich hole noch den Dias der ist da noch gelegt gib mir gib mir dann habe ich den Dias ich baue eine Crafting Bench du bekommst weil du die Dias gefunden hast das Dias schwört so Stöcke habe ich keine mehr ich habe Stöcke ich habe Stöcke so pass gib mir denn ein Dias wirf ihn her wirf ihn her und dann geh weg weg und wirf mir den Dias zu weil dann kann ich hier das Dias Schwert machen sind sie über uns oder unter uns genau unter uns ist einer zumindest ich meine ob er sich hier willst du das Dias Schwert haben hast du noch eine Spitzacke nicht nicht ja ich habe nur mehr okay ich habe nur mehr lass noch mal Holz für uns beide machen ich habe ich mache schon aber nicht ich meine Eisen nicht Holz das Eisen so ich habe Eisenspitzhöcke so das da Achtung Achtung hast du auch eine für mich nein ich habe nur ah da wird es hell schau mal da wird es hell da wird es hell ich mache mir schnell eine Stone naja ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe den Namen wieder er hat ins Liegt okay wir bauen uns da jetzt schau mal so eine Treppe runter ich sehe den einen es ist zumindest es ist mal der eine und ich habe die anderen haben gerade hinten ins Liegt Bau hinter uns zu bau doch wieso ich glaube ich habe nämlich gerade einen Namen gesehen er ist wieder gespielt er unter uns ist nicht begehrt er hat sich nicht insliegt Geweck nicht auf einmal auf einem einmal 1 block so warte selbst fackeln jetzt und jetzt darunter runter er rennt weg schau er rennt weg ich weiß gar nicht ob er ah jetzt hat er ins Liegt jetzt hat er gespielt und jetzt wieder insliegt so hin das eisen egal es heißt dann wahrscheinlich gleich rein die anderen sneaker und er ist vielleicht so blöd dafür oder er ist alleine oder er ist alleine ich habe einen Gang gefunden Tinky schau mal ich habe einen Gang gefunden das ist ihr Gang da unten sind sie alle lass runter lass runter bauen nein ich glaube nur einer aber trotzdem nein wir bauen uns komm her zu mir wir bauen uns so wie ich vorher diese Wendeltreppe Wendeltreppentaktik warte ich habe kurz insnit ich glaube er kommt oder nein wir sind ganz nah setzt noch eine Fackel wieso ich habe keine Fackel okay dann setze ich an ich glaube die dürfte jetzt reichen warte geh weg man ich kann das nicht abbauen so Achtung Achtung er ist gesneakt ist der Lava glaubst du nein ist der glaube ich nicht auf warte Achtung da der ist direkt unter uns auf drei gehen wir drauf drauf oh mein Gott okay warte Fackel so da ist Lava da ist Lava ich höre sie warte Achtung ich höre hinter uns sind sie pass auf Sneak Sneak ich habe ihn ich habe ihn ich schlage ihn ich schlage ihn ich schlage ihn ja nein ich habe ihn getötet sie kommt sie kommt sie kommt ich sehe einen ich sehe einen Achtung Achtung hinter dir da ist Lava hast du ihn gesehen hast du ihn gesehen ja mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das war jetzt gerade die Uhr oh mein Gott ich bin gerade ich ziehe da gerade voll siehst du sie einer hat einen Skelettkopf ja ja den habe ich getötet nein die anderen haben auch Skelettkopf bau bei unserer Seite die Lava zu damit keiner in die Lava findet von uns das wäre jetzt richtig scheiße da sind sie da sind sie wo sind sie da gehen wir drauf sollen wir ja ja warte bist du fool bist du voll ja 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 warte bau noch deinen Block sie haben einen sie haben nein 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 oh nein oh nein scheiße sie haben Lava los hin 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 ich renne weg ich renne weg ich renne weg ich renne weg ich bin tot ich bin tot ich habe ihn getötet okay okay pass das war wie gesagt auf meinem Kanal die zweite Folge Minecraft Mindfighter wenn ihr sie auch aus der Perspektive von Lügen Jagdkicks sehen wollt dann schaut mal auf seinem Kanal vorbei ich glaube wir haben das ganz gut gelöst ich bin zwar vorgestürmt aber in die Lava es egal darum habe ich ja gesagt wenn euch diese Folge gefallen hat lasst einen Kommentar da lasst uns die Bewertung da und dann sehen wir uns gleich in unserer nächsten Folge Minecraft Mindfighter ciao ciao